Hallo und herzlich Willkommen zu Ben & Ed Blutparty. Und ja, ich würde sagen, wir customizen unseren Zombie. Ich habe schon ein bisschen gespielt, ich habe die ganzen Singleplayer-Maps einmal durchgespielt. Und fange jetzt damit an, ein paar Community-Maps zu spielen. Ja, was können wir denn so... Die Schnecke sieht doch gut aus. Wir nehmen mal die Schnecke mit einem Clowns-Gesicht. Ich fand das angefressen eigentlich schon ganz gut. Ähm... Ja... Ach komm, die sind süß. Okay, wir nehmen mal die hier. Dann gehen wir Solo-Play. Also ich habe die hier alles schon durchgespielt. Und... Das war wirklich alles die Hölle. Ähm... Wir machen jetzt ein paar Workshop-Maps. Äh... Ja... Das sind die... Die drei sind von mir. Wir spielen erstmal die drei von mir. Und dann... Ähm... Ist die erste Folge. Ich denke ich auch schon mal... Zur Hälfte rum. Dann machen wir noch zwei, drei andere. Und dann... Was ist das? Ähm... Ja... Wäre traurig, wenn ich meine eigene Map jetzt nicht hinkriege. Dann... Ja... 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 So... Beschaffen das, easy. Äh... Achso... Oh Gott... Achso... 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 Hier überspringt möglich, hier ist es nicht möglich. Hier ist es nicht möglich. Das ist das Ziel. Ja... Wir schaffen das. Und... Woohoo... Haben wir geschafft. Und... Direkt mal Map Nummer zwei. Von Map Nummer drei... Ich habe meistens Angst. Map Nummer zwei. Nein! Oh, okay, die habe ich vergessen. Aua. Wir leben noch. Aua, wir leben noch. Aua, wir leben noch. Aua. Ich lebe noch. Aua. Ich lebe. Ich lebe nicht mehr. Aua. Das ist gemein. Aua. Nein. Aua. 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 Ich lebe noch. Wir. Okay, einmal probiere ich das jetzt hier. Nein! Okay, ich habe es nicht geschafft. Never mind. Nein! Aua. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein! Ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Ja, nee. Ich lebe noch. Also, ich lebe noch. Ibi. Ibi. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Weee! Oh Gott. Nein! 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 Wir haben es geschafft. De-de! De-de-de-de-de-de-de-de! So, Map Nummer 3. Das ist jetzt die Map von der ich am meisten angst. Gut, aber man hat genug Zeit und genug Leben. 40 Leben, 25 Minuten. Das sollten wir schaffen. Ich lebe noch! 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 Ich bin invincible! Ich werde niemals sterben! Ui! Jaaaa! Aua! Uah! Aua! Gut, jetzt haben wir fast alle weg. Aua! Okay. Aua! Mann! Ich sehe nur noch eine. Gut. So. Taktik ist... Ja. Aua! Alter! Alter! Ich will mich überraschen. Jetzt habe ich wenigstens alle Bomben weg. Aua! Okay. Jetzt bin ich in meine einen Falle reingelaufen. Aua! 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 Nein! Aua! Nein! Ich war so gut! Aua! Ich habe es geschafft! Ich lebe! Ich bin mehr als ein Kopf! Nein. Blicke! managersary Eau! em lobergne ч- Lebergne Eau! zajM Eau! Regel, also glaube ich. Wie bei ihm im Anschluss hab ich auch Respekt. Jetzt hab ich schon mehrmals geschafft. Aha. Wunderschöne. Wo bin ich? Ne. Nein! Nein. Oh man. Aua. Aua. Oh man, Testdurchlauf habe ich so easy geschafft alles. Als sie die Map getestet hat, hatte ich fast alles für den First Strike. Und jetzt, im Moment der Wahrheit, verkacke ich voll. Voll traurig. So. Aua. Aua. So. Nein. Glaubst du nicht. Naja. Okay, man könnte natürlich auch einfach schummeln und zack, einmal hier rüber laufen. Und ich glaube, funktioniert das vielleicht? Schafft man es hier hoch? Nein. Ich habe das sogar so gut gebaut, dass man gar nicht hier hochkommt. Scheiße. Jetzt wollte ich selber mal schummeln und das geht nicht mal. Nein. Aua. Ein fröhlicher Kopf. Ich hätte mehr Checkpoints einzubauen sollen. Aua. Aua. Ich probiere das jetzt nochmal als Kopf. Ist mir egal. Bis ich es schaffe. Nein. Autsch. Ich kann das. Ich glaube an mich selbst. Aua. Aua. Gut. Ich muss mich da kack nehmen. He. 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 Oh. Ich habe ein Glück. Oh. Das war knapp. Nein. Ich bin ein guter Torso. He. Okay. Ich muss es hier im ganzen durchschaffen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe was. Ich bin ein guter Torso. Aua. 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 Okay. Wir können das. Es ist möglich. Ich habe es geschafft schon. Also trauig. Das hatte ich eigentlich immer First Try alles fertig. Nein. Oh. Oh. Ich kann das. Oberkörper vor so wenig. Nie. Nicht mehr ganz Oberkörper. Äh. Hals und Arme vor so wenig. Ja. Hals und Arme schaffen. Na. Ja. Jaja. Juhu. Das ist geschafft. Ich glaube es ja wohl nicht. So. Jetzt ganz ruhig. Ich hätte echt einen Checkpoint hier reinbauen sollen. Na gut, das soll ja schwer sein. Die ersten beiden Nests wurden als zu einfach eingestuft. Deswegen dachte ich, ich mache es ein bisschen schwerer. Hat eigentlich ganz gut geklappt mit schwerer machen. Würde ich mal so behaupten. So, ich muss es nur da irgendwie rüberschaffen. Wenn ich es nicht schaffe, dann weine ich. Boah. Ah, ich habe es geschafft, endlich. Gut, hier machen wir einen illegalen Trick. Auch wenn es nicht schwer ist hier. Boah. Okay, wir könnten das schaffen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Nicht wir könnten das schaffen, sondern wir schaffen das. Okay, jetzt kommt der schöne Part. Schnelle, nein. Ah, scheiße. Okay. Aber. Nein. Ich glaube es nicht. Nein. Nein. Boah, das ist Assi. Man, ich hab meine eigene Map zu gut gemacht. Und rüber. Nein! Ist ja nicht von der Tür weggeschoben. Ich glaub das nicht. Ich heu hier gleich. So, jetzt ganz ruhig. Boah. Ich hab bloß die Tür auf. Oh nein. Wie ist das, habe ich mich nochmal entschieden, hier kein Checkpoint hin zu behauen? Nein! Nein! Und ich hab kein Checkpoint da reingebaut. Ich bin so tot. Ganz ehrlich, ich bin mal jetzt doch den Illegalen. Nein! Oh Gott, was war das denn? Wer war das denn? Wer war das denn? Ja, wer war das denn? Nein! Nein! Warum habe ich mich noch mal entschieden, diese Map zu bauen? Aua! Nein, Aua! 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 Geh vorwärts! Nein! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Gott ey, ich hasse es, dieser Druck, nein, 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 connaiss Warum.. Holo? Ich bin die Map ist einfach zu.. gut. Das würde ich sehr. Ich bin zu schlecht auf die Map, es kann la 감.. Oh rein. Oh nein, in der Test winden, in der.. die hier getestet habe, während des Bauens, ich hab da so easy alles verdient. alles fertig gemacht jetzt bin ich so ein dolly hallo ich habe mich selber so ein handicap reingebaut warum machst du was warum hasse ich mich selbst so wer so versuch nummer 23 meine ich entschuldigung ich kann das ich krieg das hin das habe ich beim testen auch first try gemacht hier kann ich jetzt nicht so verkacken nein und es ist springte er springt sogar noch aber er ist doch gesprungen nein aber das muss einfach selbsthass sein jetzt kann ich mir nicht erklären wie ich es geschafft habe diese mitzubauen so ich schaff das ich glaube jetzt an mich selbst die glauben an diesen map habe ich schon lange verloren ich krieg ihn hin ich krieg ihn hin geht los ich kann das schaffen es ist möglich ich bin ich bin ich bin Das war's. Oh, oh my God. Oh, 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 oh. Ich hab's geschafft. Oh, 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 oh. Nach 18 Minuten. Oh, oh, oh. Boah, okay, das reicht, das reicht für heute, das reicht auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Bandit at Blood Party wieder, haut rein und tüdelü.